Wow, ok. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sewer. So angegriffen werden, das kann schlimm enden. Für mich schlimm. So ein voller Schwinger am Kopf, das kann mein K.O. bedeuten. So, wenn ich das gesehen komme, kann ich da rein gehen und komme gerade rein. Wichtig dabei ist, dass das nicht steif, respektive unbeweglich ist, sondern ich nehme das mit. Das ist eine fliessende Bewegung, wo ich das hier mitnehme und schlage gleich wieder auf der anderen Seite. Das ist ein Fluss, nichts Statisches und ich komme da wieder rein. Warum nicht Statisch? Weil das sonst könnte brechen. Das habe ich schon gesehen, im Vollkontakt ist es schon passiert. Darum aufpassen, dass es eine schöne Quatschoi, sagen wir in der kantonesischen Quatschoi Bewegung ist. Und da ein gerader Schlag wieder nach vorne. Willst du mehr davon lernen? Kein Problem, wir haben mehr für dich. Keine Angst, es kommt noch viel mehr. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link fürs E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. E-Kung-Fu. E-Kung. Untertitelung des ZDF, 2020